Willkommen in Deutschland, ist das so mit den Flüchtlingen, die gerade nach Deutschland kommen? Wie ist das mit der Willkommenskultur in Deutschland? Ich möchte es besprechen mit Jumbert Neudeck. Sie kennen sich seit Jahrzehnten mit Flüchtlingen aus, mit der Hilfsberatschaft der Deutschen und wir wollen sprechen über diese Erfahrungen, die sie gemacht haben, eben aus der Geschichte in Deutschland.